Musik Kettenschwingende Soldaten Enden oft als Feuerbraten Werden von Wurmern verprügelt Und manchmal mit nem Eispfeil gebügelt Die Soldaten sind aus Tinn Der Tisch reißt Rose bis zu dem Kinn Hallo, hallo Und herzlich Willkommen Zu einer weiteren Folge Indie-Fresse Mit dem lachenden Markus Richter Warum so unmotiviert? Was ist los? Unmotiviert? Ja, du hast dich gerade so angehört Hallo, hallo Wir müssen uns auch schon mal... Nein! Was? Ich freu mich voll Wow, das ist total reingerät Nein, ich freu mich voll Okay, okay, hi Hallo! Hey, Markus Hi, hi Wir sind Markus Richter Und Dennis Kogel Ja Wir sprechen über diverse weirde, seltsame, coole, interessante Indie-Games Das machen wir alle zwei Wochen Ja Unsere Tagline ist Kluge Gedanken zu schönen Spielen Mhm Ich hoffe, wir werden dem gerecht Mhm Und ich freu mich auf diese Folge, weil es Es geht um... Es geht heute um ein Spiel Dass ich... Also ich hab damit... Ich hab... Ich weiß, dass es rausgekommen ist Oder... Ja, okay Ich weiß, dass es rausgekommen ist Ich weiß aber nichts... Quasi nichts darüber Okay Es geht um ein Spiel Den Dennis am Steam Deck Um noch eine Sekunde rauszupressen Aus seiner Review-Zeit Ja, und vielleicht hab ich dann irgendwie merkwürdige Hot Takes dazu Ja Und die sind völlig inkorrekt Schauen wir mal Also wahrscheinlich würden Kritiker dieser Sendung sagen Das ist kein großer Unterschied zu sonst Okay, und ansonsten geht es noch um ein Spiel Das ist vor einer Weile rausgekommen Ähm Und ist... Aber hat aber interessante... Hat aber interessante Gründe, warum ich darüber sprechen möchte Also das... Also das hab ich nur gesehen und werde dazu inkorrekte Hot Takes haben Sehr gut Haufenweise Perfekt Also das ist der Plan für heute Ja Und ansonsten... Schnallt euch an Genau Ansonsten... Schnallt euch an Ansonsten nochmal hier der Hinweis Wir haben seit einer Weile eine Steady-Kampagne am Laufen Ja Wo man diesen Podcast unterstützen kann Herzlich willkommen Sören Dankeschön Sören Sören ist der neuste Abonnent Seit... Also seit der letzten Folge sozusagen Ist er dazugekommen Wir würden gerne hier längere Listen auch verlesen würden Und am Ende dieser Sendung erwartet euch ein kleiner Kassensturz Weil wir haben jetzt die Abrechnung für den März bekommen Ja Genau Das ist also... Es wurde nachgefragt Und das liefern wir in dieser Folge nach Ja Wir sind nämlich nicht Olaf Scholz Wir sind wir... Wir werden unsere Geldgeschäfte sehr transparent Offenlegen Wow Okay Lass uns anfangen mit dem Spiel Das du mitgebracht hast Von dem ich ganz ganz wenig weiß Es heißt Tin Hearts Schau Daddy Es funktioniert Es funktioniert Du hast es gemacht Du hast es Du bist der Beste, Daddy Oh Ich weiß nicht über das Was ich weiß Das ist, dass ich den beste kleinen Helfer in der Welt Lieber Herr Butterworth It was with great regret That we received the rejection of our previous offer of fellowship Dennis Diese Kinderstimme Dennis Hater Kogel Was stimmt nicht mit dir? Daddy, Daddy Nein, danke Was? Nächstes Thema Nein, Quatsch Okay Hilfe, hol mich hier raus Okay, Markus, hör zu Also Tin Hearts Ich weiß ganz, ganz wenig drüber Ich weiß nur Es ist rausgekommen Und das hat so eine Es hat irgendwas mit Kinderzimmer Und so kleinen süßen Kinderspielzeugen In Holzoptik zu tun So Kinderspielzeuge für so Bioladenmenschen So kleine Zinnsoldaten Holzfigürchen Also ich kann eine Sache sagen Die die Älteren unter uns Sofort spitzohrig werden lassen Und das ist Man könnte sich hinstellen und sagen Es ist Also nicht eine Reinterpretation Auch nicht eine Hommage Also sagen wir mal Vielleicht so inspiriert Ein spirituelles Eine spirituelle Großcousine Vierten Grades von Lemmings Oh Das ist interessant Weil ich das Gefühl habe Da ist gerade was in der Luft So was Lemminge angeht Ich habe neulich noch so ein anderes Spiel gesehen Das sich auch an Lemmings anlehnt Also es ist irgendwie sowas Was wohl Also bestimmte EntwicklerInnen Gerade für sich wiederentdecken So und jetzt für die Jüngeren unter uns Lemmings Ist Also Menschen mit blauen Gewändern Und grünen Haaren Laufen los Und fallen runter Wenn man sie nicht auffällt Und wenn man den Level aber so gestaltet Dass sie dann umgelenkt werden Dann gibt es dann verschiedene Dinge Dann kommen sie Eine Brücke die man baut Oder Fallschirme die man ihnen gibt Oder explodierende Lemminge Anyways Also dann kommt sie zum Ziel Und das ist hier sozusagen Also die Spielmechanik Die Spielmechanik ist im Kern auch erstmal das Es gibt Du bist in einem Haus unterwegs Das ist nicht nur Kinderzimmer Also gleich mal dieses erste Ding Es geht nicht um Kinderzimmer Die Hauptfigur ist nicht Halt die Klappe Dennis Nicht das Mädchen Es geht um ein Haus Okay Man erforscht dein ganzes Haus Zimmer für Zimmer Und neben dem Zimmer gibt es eine Box Wenn du die Box aufmachst Klettert dann kleine so Zinnsoldaten Zinnsoldaten ist eigentlich auch Das falsche Wort Weil Zinnsoldaten sind ja Figuren Sondern das sind halt so Aufziehspielzeuge Aufziehspielzeugsoldaten Die laufen los Und dann kannst du irgendwie Bauklötze finden Oder du kannst sie Oder ne Bauklötze ist das Also es gibt Bauklötze Die kannst du auf feste Stellen Und dann Bauklötze Die kannst du frei platzieren Und dann gibt es noch Kanonen Die man auslösen kann Naja also so Spielzeuge Du baust im Prinzip so eine Wie heißt die Rubik's Machine Rubik's Goldberg Machine Goldberg Genau Also im Prinzip baust du sozusagen So einen Track Wo die dann langlaufen können Und manchmal Du kannst auch die Zeit anhalten Oder Besteuerung verlangst Und musst du auch damit arbeiten Also du musst einen Stein Sozusagen zweimal verwenden Und dann musst du ihn Wenn der kurz bevor Also wenn der eine gerade An den Steinen abgeprallt ist Musst du ihn schnell Auf die andere Ebene setzen Damit der da umgebogen wird Und dann wieder zurück Weil du hast immer mehrere Lemminge Also Lemmings war ja Damals so ein So ein Zweidimension Oder das erste Es gab ja auch noch Ein 3D-Lemming Alle möglichen Lemmings Aber das war damals So ein 2D-Ding Und man war wirklich so 2D-Welt Und dann laufen die Wie ist das hier? Das ist 3D Das ist 3D Das macht Das hinterher spielt Das nochmal eine ganz große Rolle Aber jetzt kommen wir erstmal 3D Und dann aber Lemming ist ja sozusagen Ist das reine Ist die reine Spielmechanik Das hier hat eine zweite Ebene Oder eine zweieinhalb Ebene Vielleicht Das ist die Geschichte Weil wenn du Du bewegst Also in 3D-Ego-Perspektive Tatsächlich Wenn du an die runterguckst Bist du ein Typ Ah warte mal Das hat doch dann glaube ich Auch so eine VR-Komponente Also theoretisch Wenn man es auf dem PC spielt Spoiler Pst Gee, okay Pst Pst Okay, jetzt hat Pst 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 Ego-Perspektive Okay Ego-Perspektive Du guckst dann hier runter Und bist Also ein Typ Du bist nämlich Alfred Butterworth Alfred Butterworth Ein Erfinder So das ist so Viktorianisches Zeiter Klassischer Es ist alles sehr britisch Das ist ein britischer Erfinder Der hat dann halt Diese Spielzeuge auch erfunden Du läufst also durch das Haus Und du bist aber so eine schemenhafte Gestalt Und im Prinzip Was du dir freispielst Die verschiedenen Fähigkeiten Und ich hab das Spiel nicht durchgespielt Aber ich hatte so einen Verdacht Bist du sozusagen vielleicht ein Geist Und er spielt sie Deine eigene Körperlichkeit zurück I don't know Aber was dann passiert ist Wenn du Wenn du weiter vorankommst Hast du immer wieder so Szenen Wie die Wo die Tochter Rose dann vorkommt Oder seine Frau Helen Gibt es viele Szenen mit der Tochter? Du Hater Also wahrscheinlich Für dich zu viele Okay Aber es ist Also Tatsächlich so wenig Dass wenn du das Spiel Man kann das Spiel nicht wegen der Geschichte spielen Okay Weil du hast sozusagen Zwischen diesen Szenen Sind dann vier oder fünf Level Die sind einfach nur Level Und die Räume In denen du dich bewegst Die werden aber immer größer Und dann ist das tatsächlich So ein bisschen So ein Exploration Game auch Ja Weil Du musst ja Die Räume durchsuchen Um diese Spielsteine zu finden Aber währenddessen Lernst du mal so ein bisschen was Entweder weil durch den Level Ähm Diese Szenen halt auftauchen Oder zum Beispiel Der zweite Teil In dem Ton Den wir gerade gehört haben Das war Da werden Briefe vorgelesen Von einer düsteren Befindergesellschaft Die Alfred Butterworth Für sich gewinnen möchte Aber das ist gar nicht so richtig Ähm Und wenn du die Soldaten Über den Brief laufen lässt Dann wird der erst vorgelesen Ja okay So eine Sache Und dann gibt es dann halt Drama Mhm So Und Das ist nice Mhm Also das ist Tatsächlich Funktioniert das irgendwie Ja Aber Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Mhm Die Steuerung Mhm Ego Perspektive Mhm Du steuerst Die Dinger Die du aufnehmen willst An Du hast Also du musst dir vorstellen Dein Bildschirm Hat ganz in der Mitte Einen weißen Punkt Der ist ein Pixel groß Mhm Wenn der in die Nähe Eines Gegenstands kommt Dann kannst du ihn per Knopfdruck Auf Auf Aufziehen Und dann hast du Du kannst du mit dem einen Stick Die Höhe Im dreidimensionalen Raum Korrigieren Und mit dem anderen sozusagen Deine Blickperspektive Und damit platzierst du den Mhm Und das ist mega schwammig Und das macht auch oft so Clipping Also du machst Du bewegst so ein bisschen falsch Zack ist der unter der Tischplatte Mhm Du musst zurück Und dann wieder hoch Und dann wieder vor Und dann Fühlt sich das Spiel tatsächlich so an Dass du nach einer halben Stunde So denkst Das wirkt auf mich ein bisschen so Als wäre das ein VR-Spiel Ja Und dann liest du zu dem Spiel Mhm Und dann stellst du fest Das ist ein VR-First-Spiel Das ist eigentlich entwickelt worden Sozusagen Für VR Ja Also keine Ahnung Ob das jetzt Marketing oder so Aber so hab ich's verstanden Das ist Weirderweise So pass auf Das erscheint das aber zuerst Nee Hör auf mir mal meine Takes wegzunehmen Extra Weißt du Ich mach hier 10 Minuten Lange Hinlatt So Und jetzt erscheint das Für ganz 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 viele Plattformen Mhm Für ganz ganz viele Plattformen Und Nintendo Hat sich einen One-Month-Exclusive Was Ich bin so überrascht Markus Richter Fuck you Dennis Kugel Also tatsächlich Nintendo hat sich die zeitliche Exklusivität Das ist auch erst relativ kurz Also das ist irgendwie Ich glaub einen Monat vor Release Ja Das war so Das Spiel erscheint im April Und ich so geil Und dann so Also wirklich wenige Wochen vorher so Das Spiel erscheint im April Aber nur für die Switch Okay Und für alle anderen normalen Plattformen im Mai Und im Sommer für VR What? Und das Witzige ist Die Switch in ihrer nicht stationären Version Die ist wirklich Also das ist ein tolles Spiel Ich mag das wirklich fantastisch Aha Das ist aber Das ist die falscheste Plattform Die es dafür gibt Der Bildschirm ist zu klein Aha Und die Steuerung ist zu doof Also ich wirklich Das Spiel ist so gut Aha Also so liebenswert Das ist jetzt Es ist nicht so ein Es ist nicht so ein Knaller Weißt du Wo ich so Vom Stuhl explodiert bin Oh mein Gott Wie toll Sondern es ist Es ist ein gutes Spiel Ich hatte auch das Gefühl Dass das vielleicht so der Match war Für die Switch und für Nintendo Weil ich hatte Es gibt im Englischen diesen Begriff Diesen Ausdruck Tui Also wenn etwas so Süß Süß Liebenswert Unschuldig Herzerwärmend Nett ist Irgendwie so Okay Würde ich auch nicht bis zum Ende mitgeben Weil also Das wird dann irgendwie sehr weitläufig Auch Und die Geschichte wird schon auch so ein bisschen Also ja gut Für Nintendo Es geht schon noch Aber ja Also es wirkt auf jeden Fall liebenswert Also vom Vibe her Weißt du Voll So vom Vibe und Ästhetik Aber anscheinend Aber nicht von der Spielmechanik Also ich habe noch überlegt Man hätte diese Steuerung anders machen können Man hätte es natürlich sozusagen auch machen können Dass du einfach die Die interaktiven Gegenden einfach durchklicken kannst Oder so Also ich sage jetzt einfach Ich bin kein Spielentwickler Aber im Sinne von Es hätte möglicherweise andere Lösungen gegeben Aber was sie wirklich gemacht haben ist Sie haben eine Eine Analogstick Umsetzung Für Ich bewege mich mit VR Freiem Raum Versucht zu finden Das geht überhaupt nicht Ich hatte mir das irgendwie so vorgestellt Also so in meinem Kopf Wenn man das so beschreibt Ah du läufst auch durchs Haus oder so Ich dachte Das ist halt wie so ein Naja halt wie so ein Ego First Person Spiel Halt irgendwie so Gone Home Oder keine Ahnung was Du läufst durchs Haus Und dann Weiß ich nicht Nimmst du irgendwie einen Gegenstand auf In Gone Home Dem Spiel wo man so ein Haus explort Und so Kann man ja auch Gegenstände aufnehmen Drum tragen Dann trägst du das vielleicht rum Und dann gehst du vielleicht Zu so einem Puzzle Abschnitt Und dann zoomt es da irgendwie drauf rein Und dann kann man Und dann ist es vielleicht Das ist das Ding Weil da hast du Da sind ja so die Hitboxen Also du gehst in die Nähe des Gegenstandes Und kannst ihn aufnehmen Dann kommst du in die Nähe des Platzes Wo er hingehört Und dann sozusagen Das ist ja eher sozusagen So die Idee von Platzierung Und hier musst du halt Wirklich exakt Diese Dinge wirklich Also es gibt am Anfang so Blöcke Die passen auf so Stäbe drauf Aha Da geht das irgendwie noch Aber dann musst du wirklich Diese Dinge einfach platzieren Okay Und das ist Also ich weiß nicht Was Nintendo da geritten hat Also weil Ich kann mir schon vorstellen Dass Dass Menschen Die das Also so wie wir Multiplattform Menschen Die das dann toll finden Dass sie dann sagen Na gut wenn es dafür zuerst Geil Nehme ich das für die Switch Ich glaube schon Maussteuerung könnte besser sein Weißt du Auch das wahrscheinlich nicht perfekt Aber ich Ich habe Keine Ahnung Was die geritten hat Also wirklich Ich mag das Spiel total Wirklich Aber ich habe dann Aufgehört Weil ich gesagt habe So nee Ich habe hier noch Irgendwo eine Ich weiß gar nicht Ob es dafür erscheint Aber ich habe irgendwo noch Eine Quest rumliegen Und ich möchte warten Bis das auch für VR VR vielleicht rauskommt Dann spiele ich das Nochmal oder weiter Weil es wirklich Das ist halt wirklich Also ich finde das total interessant Weil bei VR-Spielen War ja ganz lange Du spielst das Spiel Und alles außer Superhot Ist so ein bisschen Also mittlerweile ist es schon anders Aber früher war es mal so Alles außer Superhot Ist so ein bisschen Sie versuchen Traditionelle Computerspiele Konzepte irgendwie umzusetzen Und eigentlich suchen sie Noch irgendwie nach so Und das ist ganz eindeutig Ein VR-Spiel Das ist ein gutes VR-Spiel Und das gehört dahin Warum für die Switch Timed Exclusive Ich weiß nicht Aber es ist eine Weirde Zeit Für VR-Spiel Also ich habe das Ich bin mir Ist VR okay Also das würde mich Tatsächlich interessieren Weil ich habe zum Beispiel Ich habe lange So ein bisschen rumüberlegt Ob ich mir so eine Quest 2 kaufe Und die Dinger sind Nicht sehr günstig Und ich kann mir vorstellen Also ich kann mir vorstellen Dass ich das mir holen würde Und dann ungefähr so Drei Wochen lang Zwei Wochen lang Beat Saber spielen würde Ganz viel Das Spiel Das Rhythmus-Spiel Wo man so mit Lichtschwertern Auf Noten einhaut Weil das Durchaus Das Geile Ist Und dann Irgendwie würde es Vielleicht verstauben Und ich glaube So geht es Vielen Aber ich bin mir Nicht sicher Ob es da Also ich Ich glaube Und ich möchte Einen kleinen Schwenk nehmen Ja Ich habe dir heute Dein Playdate zurückgegeben Ja Dankeschön Und wenn du Ein Playdate hast Mhm Dann kannst du auch Eine VR-Brille Angucken Und meine Theorie ist Du spielst häufiger VR als Playdate Ja Okay Also ich glaube Das Problem mit VR Ist ein bisschen Ich gebe dir recht Es wird wahrscheinlich Nicht so sein Dass das Teil Deiner täglichen Spiele-Diät Mhm Aber Über die Monate oder Jahre wird Kann ich mir vorstellen Dann ist immer mal Wieder was passiert Wo man denkt Da Ja Also ich habe meine VR-Brille Zum Beispiel gerade nicht hier Weil ich sie einem Freund geliehen habe Und jetzt kommt dieser Titel Den ich ironischerweise Nur kenne Weil er für die Standard-Rezensionsplattform Rausgekommen ist Für die ich im Radio berichte Wo ich aber denke so Ah Also wenn es dann soweit ist Dann muss ich mir die holen Und dann weil das Das will ich tatsächlich sehen Also ich bin mir bei VR Nach wie vor unsicher Was der Stand ist Wenn ich Wenn ich momentan Also wenn man es nicht bezahlen müsste Würde ich wahrscheinlich am ehesten Zur Playstation zitieren Weil ich da wirklich Sehr geile Sachen drüber gehört habe Weil die neue Version Wirklich mega sein soll Also vom Tragekommen vorher Aber ansonsten Ich weiß nicht Also ich kann mir schon vorstellen Dieses Also was das Spiel Vor allem gut macht Ist dieses Diese Diese Entdeckung im Raum Und dieses sozusagen Durch die Dioramen-Welt Laufen Ich warte immer noch Auf den geilen Modellbahn-Simulator Einfach Ich dachte Ich dachte du Wärst wahrscheinlich dabei Wenn da irgendwie Statt so Zinssoldaten Warhammer-Figuren Rauspurzeln Ich denke da wird Games Workshop Davor sein Aber Durchaus Durchaus Okay sehr gut Also Tin Hearts Ein Spiel Auf einer Plattform Auf der es Deplatziert ist Dabei ist es Total Trotzdem schön Das ist total witzig Weil mein Takeaway Für alle Spiele heute Ist so ein bisschen Die letzten beiden Sendungen Waren so Was für großartige Spiele Und diese Woche Ist eher so Naja Okay Und das liegt bei Tin Hearts Aber glaube ich Wirklich nur an der Plattform Ja Wild Das ist fantastisch Wild Okay Dann lass uns mal Rüber gehen Zu dem Spiel Was ich heute mitgebracht habe Ich bin mir noch Ich bin mir auch noch Nicht sicher Wie das Also ich bin mir selber Noch nicht sicher Was so das Fazit Dazu sein wird Aber lass Lass mal raus Ich bin Kölnermal Kölnermal Ich finde diesen Ton Fantastisch Weil Wenn man den Ton hört Und die Geräusche Denkt man so Aha Das ist so eine Lone Samurai Story Also so ein Typ So ein Typ Hat ein Kind Und wahrscheinlich Nicht mal seins Und das muss er verteidigen Dann zieht er durch die Lande Und fantastische Kämpfe Dann vom Was ich gehört habe Wahrscheinlich eher so eine Art Beat'em up Nicht so ein Slicen ab Fantastisch Und dann So Interesse geweckt Und dann siehst du Das erste Bild Zu diesem Spiel Und das ist so So ein Tentakel-Kaktus Ich weiß gar nicht Wie man den beschreiben soll Also so Also es ist ein Ding Das aus Dingen besteht Die normalerweise Nicht zusammengehören Und Bemalt ist Muss man wirklich sagen In einer Farbkombination Die so Ausseht Als wäre ein Kind In der Prinzessinnenphase Zusammengestoßen Mit einem Eimer Voller Reinigungsmittel Ja Und das ist das Spiel Knetmasse vielleicht auch noch Das Spiel heißt Clash Artifacts Of Chaos So sieht es aus So sieht es aus Ich hatte Ich hatte auch Auf dem Weg hierhin So überlegt Wie könnte man das beschreiben Also ich hatte das Ich hatte auch gedacht So Vielleicht Wenn man in der Zeit Zurückreist Und irgendwie Bei so einem Sehr geselligen Abend Ähm Salvador Dali Und Picasso trifft Und ihnen von Mandalorian Und Last of Us erzählt Und dann LSD gibt Und dann LSD gibt Und dann sind sie so Ja Ja Mann Genauso stelle ich mir Dieses Last of Us vor Der Mann Joel Ist ein Gelber Mann Der aussieht Als wäre er aus Knete gemacht Die man in Reinigungsmittel Getunkt hat Und sein Kopf Ist ein Ist ein Kaktus Und er sieht aus Er sieht aus Wie eine Art Mischung von Daumen Penis Und irgendwas anderes Haha Und er bewegt sich so Als ob Michelle Yeoh Drin steckt Korrekt Er bewegt sich so Als ob Michelle Michelle Yeoh Drin steckt Und das Kind Das er beschützt Ist nicht Baby Yoda Ist nicht Ellie Sondern es ist ein Runder Schwarzer Furby Also es ist so eine Art So eine Art Krähe Aber sie ist ein Ball Ähm Mit zwei riesigen Augen Das ist der Junge Den er beschützt Wow Ja Und was Was spielt man Also man spielt Da Einen Typen Was auch immer Ein Wesen Hat er einen Namen Er hat einen Namen Er heißt Pseudo Oder Pseudo Mhm Ähm Er ist ein Hermit Ein Ein Einsiedler Mhm So eine Art Kampfmönch Oder so Äh Der Ja Also er ist so ein Martial Arts Super Kung Fu Mann Mhm Oder Boxer Keine Ahnung Genau wie wir Genau Er ist so ein Kämpfer Und er Läuft irgendwann So einem So einem Kleinen Krähenwesen Über den Über den Weg Das mit einem Komischen Großvater wohnt Der auch nicht Menschlich aussieht Sondern auch weird aussieht Der wird umgeprügelt Von irgendeinem Von irgendeinem Anderen weirden Geschöpf Ähm Der aussieht wie einfach nur Ich weiß nicht Wie ein Wie ein Kopf auf zwei Beinen Und dann Ähm Und dann sagt er Hey ich helfe diesem Kleinen Kind Und bring das Bring das irgendwo hin Wo es in Sicherheit ist Und dann beginnt quasi Diese klassische Story Der Ähm Einsame Samurai Kämpfermann Zieht los mit einem Kleinen Kind Das er beschützen muss Und beschützt es vor Wirrigen Gefahren Und ähm Freundet sich dann Mit diesem Kind an Und hat dann Gefühle Aber spielerisch Ist das ein First Person Achso Nein Nein Spielerisch ist das Okay Auch das ist merkwürdig Es ist Also es ist erstens So ein Third Person Spiel Man guckt von ihm Über die Schulter Und läuft so rum Es besteht vor allem Aus Duellen Ähm Oder Arena Kämpfen Gegen andere Seltsame Wesen Dreibeinige Pferdmonster Männer Leute mit tausend Armen Und vier Gesichtern Oder so Ähm Also wie gesagt LSD Trip Die man dann In diesen Arena Kämpfen Wo man sich dann Gegenseitig prügelt Ich dachte zuerst Das wäre so ein Dark Souls Spiel Weil ich das In einem YouTube Kanal Gesehen habe Äh Als Als eines von Vielen Soulslike Spielen Die rausgekommen ist Es ist kein Soulslike Es ist ein Streetfighterlike Oder so Aha Ja weil es geht nämlich Also quasi man Man prügelt sich In diesen Duellen Und die Kernmechanik Ist Attack Canceling Aha Und zwar Es gibt in Prügelspielen Dieses Konzept Dass du Durch bestimmte Tastenkombinationen Durch bestimmte Moves Eine Attacke Vorzeitig abbrechen kannst Oder beziehungsweise Die Animation Einer Attacke Abkürzen kannst Indem du Weiß nicht Zum Beispiel Ausweichst Oder blockst Oder so Dann wird die Attacke Die Animation abgebrochen Die Attacke Aber ausgeführt Und du kannst Schneller die nächste Attacke machen Okay Das sind so Pro-Moves Chaining Chaining Ja genau Und dann kann man so Moves chainen Und irgendwie Kombos Bauen Und so Das ist so ein Pro-Move In so Fighting Games Habe ich niemals verstanden Okay Und hier ist der ganz zentral Und also eigentlich Also ich dachte zuerst am Anfang Das ist so ein Dark Souls Spiel Da muss man methodisch Und langsam gegen Gegner kämpfen Nein Man muss wie so ein Berserker Button meschen Und ausweichen Und Attacks canceln Und sich da durchprügeln Das ist fantastisch Ich dachte erst Ich möchte das Spiel nicht spielen Weil es ein Soul-Tag ist Aber jetzt möchte ich das Spiel nicht spielen Weil es ein Chaining Attack-Canceling I know Und aber tatsächlich Macht es das sehr sehr gut Also das Ich hatte damit Irgendwie zwei schreckliche Abende Wo ich dachte Okay ich glaube ich hasse es Ich glaube nicht Dieses Spiel ist total schlimm Dann habe ich das Irgendwann Irgendwann habe ich einen Guide gelesen Und das dann Irgendwann angefangen rumzuprobieren Und habe dann gemerkt Nee man das ist eigentlich ganz geil Eigentlich ist das ganz cool Eigentlich mag ich dieses Dieses Verprügeln Es fühlt sich total cool an Dann Dann gibt es noch mehr Sachen Es hat auch ein Brettspiel drin Bevor Bevor man kämpft Gegen Leute Muss man erstmal So eine Art Kniffel spielen Weil es gibt Also in dieser Welt Gibt es wohl eine Regel Weil man Man muss sich verprügeln Also man muss sich Zu Duellen herausfordern Und bevor man ein Duell macht Muss man Kniffel spielen Dann muss man so Auf so einem Spielfeld So Würfel würfeln Wer am Ende die meisten Also die höchste Würfelzahl hat Hat gewonnen Aber dann hat man so Spezialattacken gegen die Würfel Die man so rundenweise einsetzen kann Irgendwie Würfel umdrehen Oder Würfel löschen Würfel um eins reduzieren Und so Und wer gewonnen hat Der bekommt dann quasi So eine erschwerte Bedingung auferlegt Zum Beispiel Zum Beispiel Wenn du dich nicht bewegst Stechen dich Bienen Oder Wer gewonnen hat Hat es schwerer Nee nee Wer verloren hat Hat es schwerer Achso okay Ja oder Wer verloren hat Der muss sich vom Gewinner Einmal mit einem Stock Auf dem Rücken schlagen lassen Because why not Why not Und so Okay Okay Ähm Ja und Achso und dann hat es nochmal Ne weirde Sache Die ich dann Also die auch für viel Frust Und Verwirrung gesorgt hat Nämlich wenn du stirbst Im Spiel Wachst du auf Nachts Das Spiel hat einen Tag-Nacht-Wechsel Wenn man stirbt Es ist Nacht Man wacht auf Und plötzlich ist dieser Heldendödel Den man da spielt Besteht aus Holz Oder Knochen oder so Und es ist Nacht Und man kann sich dann Und dann gibt es neue Gegner Die es nur nachts gibt So Schattenwesen Und dann kann man sich Zu seiner Leiche Prügeln Und sich dann wiederbeleben Aber manchmal muss man auch Nachts unterwegs sein Weil Nur wenn man aus Holz besteht Kann man durch Dornenbüsche gehen Also Das klingt für Das klingt für mich Wie ein Spiel Das sozusagen kein gutes Spiel Ist aber ein schönes Hobby Mhm Ja Ja Ich glaube Ich glaube da ist was dran Weil ich hab mir dann irgendwann So die Steam-Statistiken angeschaut Äh Und bis zum Ersten So richtigen Boss Ist so ein So ein Viertel Aller Spielen gekommen Also dieses Achievement Haben Ein Viertel Aber Dann Haben auch so 20% aller Leute Auch das Achievement Vom allerletzten Boss Also das heißt Die meisten Leute Die das spielen Sagen What the fuck Yeah I don't like this Aber die die das spielen Die die das spielen Bleiben Und so ging's mir dann auch Weil ich war dann irgendwann Also irgendwann fand ich's Total gut Auf ne abstruse Art und Weise Und das hat mich überrascht Principle Nein Das ist kein gutes Steam Deck Das Steam Deck Wer der fünfte seid Ein Harz Mitarbeiter Das Spiel Das Spiel Das Spiel das ich ungefähr Halbe 30 Minuten gespielt habe Und jetzt hoffentlich Hot Takes dazu habe Mage Seeker Mage Seeker League of Legends Das ist wichtig Bei diesen ganzen Titeln Ja Die heißen nie nur so Die heißen immer League of Legends Story A League of Legends Story Mage Seeker A League of Legends Story Genauso wie bei Spielename vergessen Ja Genau League of Legends Das allseits beliebte Hobby Slash Sucht Obsession Dings Ist ja ganz interessant Weil die wirklich Seit einer Weile lang Darauf setzen Ihr Spieleuniversum Mit ihren ganzen Figuren Und tausenden Helden Zu vermarkten Und in weitere Richtungen hinaus Zu spinnen Es gab diese tolle Die tolle Netflix Serie Arcana Arcane Arcane Genau Fantastische Serie Und noch ein anderes Spiel Ich glaube zwei mittlerweile sogar Ne Ne Ist das das zweite erst? Ich meine es sind Am Anfang zwei gedroppt Achso Ja Es gab noch so ein Mobile Spiel Genau Ich meine Es gab die Serie Es gab nur die Nur die eine Serie Zweite Staffel kommt irgendwann Ja Und paar Spiele Und das ist jetzt so Das dritte Glaube ich Ein weiteres Okay ein weiteres Spiel Und es geht um Es geht um Warte Ich habe ja im Haushalt In der Familie Haben wir eine League of Legend Expertin Oh okay Und die hat gesagt Ja es geht natürlich um Silas Alle lieben Silas Wirklich alle lieben Silas Ja es ist anscheinend so Also League of Legend Ein MOBA Also wo man fünf gegen fünf spielt In Lanes Irgendwie Monster platt macht Und den Gegner zum Zum auseinander explodieren bringen muss Da gibt es Fünfzig Figuren oder so Also mega viele Ich glaube es gibt mehr Oder mehr Und es gibt beliebte Figuren Ja Und es gibt unbeliebte Figuren Ja Und das ist so Das ist dann sozusagen Das ist anscheinend Ich habe mir das erklärt Das ist anscheinend sozusagen So ein So ein selbsterhaltendes System Die Figuren die beliebt sind Die bekommen häufiger neue Skins Oder man Rebalancing von den Skills Oder Story Hintergrund Oder ein eigenes Spiel Und dann ist es natürlich wieder beliebter Und so weiter und so fort Und Silas ist anscheinend sozusagen Einer der Charaktere Die Eher so Front Bei Leaks sind Mir hat er nichts gesagt Ich kenne Aus meiner League of Legends Zeit Weiß ich Beliebt Wie lange ist die her Also sage ich nicht Beliebt Timo Ein Erdmännchen Das Leute vergiftet Weil der süß Und unbeliebt Dr. Mundo Ein Großer Franken Ein großes Frankensteinmonster Das seit Ewigkeiten Kein Update bekommen hat Vielleicht ist das auch falsch Vielleicht ist Dr. Mundo Inzwischen ist so Daddy Mundo Und Timo Ist Weiß ich nicht Aber Silas ist anscheinend Okay Silas ist beliebt Verstehe ich nicht Verstehe ich nicht Ist gar nicht so sympathisch Verstehe ich nicht Es geht los Dieses Mage Seeker Spiel Es geht los Erstmal mit einer Langen Cutscene Wo erklärt wird Was passiert Und zwar Es geht um irgendeine Stadt Ähm Wie gesagt Jetzt nur Hot Text Weil ich hab 30 Also es geht um irgendeine Stadt Namen vergessen Ist auch egal Da sind die irgendwie Rassistisch gegen Zauberer Ja So Zauberer werden irgendwie Eingesperrt Weiß nicht Vielleicht Vielleicht zurecht Hot Tag Vielleicht zurecht So Und Na keine Ahnung So und dann Und dann gibt es diesen Silas Der bricht aus Und dann gibt es irgendwie Der führt eine Rebellion an Dann gibt es irgendwie eine Rebellion Die Zauberer brennen die Stadt nieder Und Silas Möchte Alle umbringen Das ist das was ich mitgenommen habe Genau Da finde ich Das ist schon wieder so lustig Also weil Die Spiele im League of Legends Kosmos Dienen ja zu Dienen ja dazu Die Hintergründe der Charaktere aus League of Legends Aus zu flashen Also dass du ein bisschen mehr drüber hast So Das ganze Spiel Ist Über Silas Möchte Möchte Der totale Rache gelöst hat Ja So Und aber warum er diese Rache gelöst hat Das ist halt sozusagen In diesen zwei Abziehbildern im Vorspann erklärt Du fragst dich so Wenn ihr Wenn ihr eine Motivation für diesen Charakter schaffen wollt Warum Also ich hab's ja manchmal so ein bisschen über mit den Origin Stories Aber hier ist es literally so Dass du sozusagen Also der Charakter in League of Legends Ist ein Charakter mit einer Hintergrundgeschichte Die du nicht kennst Ja Die nur angedeutet wird Deswegen machen wir jetzt ein eigenes Spiel Über den Charakter Dessen Hintergrundgeschichte Du nicht kennst Sondern die nur angedeutet wird Ja Aber er ist mega wütend Und so unsympathisch Also er ist irgendwie so ein Also vielleicht soll ich mal jemand beschreiben Er ist so ein Muskelberg Er ist so ein bisschen auch wie Wie der Wie der Dödel aus Clash Artifacts of Chaos Nur halt menschlich Aber es ist ja lustig Er ist ein menschlicher Dödel Also weil das Spiel selber ist ja Pixelgrafik Ja Und da sieht er wie so ein Muskel Also wie so ein Wie so ein hier Wie heißt der God of War Wie so ein Kratos Definitiv Ja Kratos Mit langen Ketten Ja Aber die Wenn die Dialoge kommen Sind ja so Figuren eingeblendet Ja Und dann ist er zwar sehr durchtrainiert Aber schon so ein bisschen schmächtig Ja das hat mich auch verwundert Weil ich hatte auch Als ich Also ich hatte das Spiel vorher In Screenshots gesehen Und dachte Der wird dann Das ist dann so eine Art Dwayne the Rock Johnson Ja Und dann ist das dieser Dieser Typ Der halt ja Wie du sagst Schmächtig ist Wie lange So lange glatte Dunkle So zurückgehlte Haare hat Ja Lippste eigentlich Voll Und aber dann auch irgendwie In diesen so kleinen Dialogszenen Wo dann so sein Gesicht Eingeblendet wird Irgendwie so Auch so ein mega Unsympathisches Grinsen hat Wo er dann sagt Da kann ich ja Da kann ich ja ganz schön Mehr Rache üben Und alle umbringen Und es ist so Wow was für ein unsympathischer Typ Ja Ja das hat mich erstmal verwundert Ja Und dann Dann ist es ein Ein So ein Arcady Beat'em up Action Spiel Wo du halt so von oben drauf guckst Und durch die Durch so Pixel Level läufst Und dann gegen diverse Diverse Gegner Und Monster kämpfst Und du hast so Leichtattacken Schwererattacken Und haust auf Gegner mit Deinen Ketten ein Und das ist Das ist sozusagen Der eine Teil des Spiels Mhm Ähm Der andere Teil ist Eine sehr leichte Form Von Basebuilding Mhm Also du hast so ein Lager Da sind dann so Rebellen Du kannst in deinem Leveln Kannst du irgendwie Leute freischalten Die dich dann unterstützen Ja Du kannst in Level Leute mitnehmen Aber du hast ja nicht Literally zwei Figuren dabei Sondern Leute mitnehmen Heißt du hast irgendwie so Skill Modifikatoren Die dann angepasst werden Ah okay Und du kannst halt Es gibt eine Ressource Die du Die du sammelst Für besiegte Gegner Oder den Schatzkissen Was auch immer Und die kannst du mitbringen Und dann kannst du halt Deinen Charakter im Prinzip Auf Aufleveln Ich hab's da nicht so weit gespielt Vermutlich kann man die Basis Dann noch irgendwie aufbauen Also I don't know Und es gibt so eine ganz interessante Spielmechanik Im Level kann Silas mit seiner Kette Auf zum Beispiel so Zaubergegner Also Gegner die Zaubersprüche abfeuern Kann er die quasi mit seiner Kette Einmal anflanschen Und denen ihren Zauberspruch klauen Und dann diesen Zauberspruch abfeuern Also zum Beispiel ist da Weiß nicht Ein Eiszauberer Und ein Flammenzauberer Feuerzauberer Und dann mobbst du dem Eiszauberer Seinen Eiszauberspruch Und wirfst ihn dann quasi auf den Feuerzauberer Und der Feuerzauberer nimmt dann Mehr Schaden Weil es dann auch so Element Widerstände gibt Und so weiter Ich will über die Gameplay-Loop Gleich nochmal ein bisschen reden Aber ich wollte vorhin noch was sagen Ich bin ja nicht oft mit Hintergrundinformationen Aber in dem Fall fand ich es ganz interessant Weil es auch ein Licht darauf wirft Wie Riot Games Also die Leute in der League of Legends Diese Spiele generieren Das Spiel ist von Digital Sun Und die haben Moonlighter gemacht Ja Und Moonlighter war ein Beat'em up Mit Basebuilding Und das hat wohl sehr gut funktioniert Also war es nicht so ein Megahit Aber anscheinend hat das sozusagen So eine Fangemeinde Da geht's quasi Du bist so ein Fantasy-Shopkeeper Also so ein Fantasy-Mensch Der quasi einen Laden hat Und dann musst du aber rausgehen in die Welt Um Sachen zu finden Die man verkauft Und der Name ist sozusagen der Gag Weil Moonlighting ist im Englischen Wenn du einen zweiten Job machst Wenn du nach deinem Job noch einen Job machst Dann tags über die Taverne Nachts geht er die Sachen über seine Taverne So und im Prinzip Ist Mageseeker das Konzept Nur mit dem Basebuilding sozusagen Sehr, sehr, sehr stark vereinfacht Und dann haben die Also das fand ich ganz Das finde ich ganz interessant Also Riot Games Nimmt einen Nimmt einen Erfolg Also ein in der Nische erfolgreiches Spiel Sagt okay das gefällt uns Lass uns das mal in unseren Kosmos machen Weil ich mich die ganze Zeit auch immer frage Warum machen die jetzt diese ganzen Spiele Und meine These war so ein bisschen Oder mein Am Anfang dachte ich so Ganz banal naja die wollen halt mehr Leute reinbringen Die wollen sozusagen so Hux hier ist ein Spiel Aha aus dem League of Legends Universum Mittlerweile glaube ich das gar nicht mehr Sondern ich frage mich Ob die das umgedreht machen Also es gibt also ein riesiges Millionfaches League of Legends Publikum Und wollen die Dass sie nicht abwandern Sondern wenn die zwischen Also League of Legends ist berühmt dafür Eine furchtbar toxische Kommunikationswelt zu haben Bei den Spielen und die Spiele unter sich Also wenn die Leute mal nicht beschimpft werden wollen Und was anderes spielen wollen Dass sie trotzdem im Universum bleiben Und deswegen nehmen sie so semi-erfolgreiche Rezepte Und machen das dann einfach nochmal Also Hot Take auch von dieser Stelle Ähm Und ich hab tatsächlich in der Kritik gelesen Dass in einem Steam Review Soll jemand geschrieben haben Dass das schönste Also weil das heißt ja League of Legends Story Das schönste an diesem League of Legends Spiel ist Dass man in der League of Legends Welt spielen kann Ohne mit anderen League of Legends Spielern zu spielen Ja Genau Die Gameplay-Loop Ähm Es gibt dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip Mhm Meiner Meinung nach Also so Und ich glaube Das ist sowas wie Da muss Wenn man sehr schnell ist In seiner Wahrnehmung Und seinen motorischen Skills und so Dann kann man das wahrscheinlich spielen Für mich ist das Und ich hab's also länger gespielt als du Aber nicht so Also so zwei, drei Stunden Mhm Für mich wird das sehr schnell zum Button-Mashing Mhm Also diese Zauber-Kopien Das ist am Anfang Später hast du dann noch eigene Zauber Mhm Dann hast du dieses klassische Die Zauber verbrauchen Magie Äh Mana Mana lädt auf, wenn du normal Leute schlägst Und dann wirst du sehr schnell in dieser Loop Ähm Leute schlagen, um Magie aufzubauen Dann Zauber und so weiter und so fort Und dann kriegst du noch so ein Dash Und dieses an Leute Sich ranziehen mit der Kette Und dann ist das so ein Mobilitätsding Also nicht zu lange an einer Stelle Schlagen, um Energie aufzubauen Zauber machen und so weiter und so fort Und dann noch dieses Schere-Stein-Papier on top Was ja nochmal voraussetzt Dass du den richtigen Zauberer erst ansaugst Und dann dem anderen und so weiter und so fort Das, also die Mega-Pros machen das vielleicht Mir hat's auch schon Also auch schon so ein bisschen zu busy gewirkt Ja Mit den, also wenn da nur Feuer und Eis Zauberer sind Weil ich dachte mir so, okay, was dann Dann laufen die da so rum Und ich muss das richtig auch treffen Und aber ich kann auch einfach verprügeln Also ich weiß nicht Ich hab normalen Schwierigkeitsrat angefangen Und hab dann auf leicht runtergestellt Und deswegen hab ich das vorhin auch gefragt Also weil das, ich glaube Dieses Mage-Seeker ist ein Spiel Das ist ja nicht prozedural generiert Sondern es hat so eine Art Story Und ich glaube, das kann auch Spaß machen Wenn du es dir so leicht stellst Dass es dir gut tut Und dann Dann pöbelst du dich da halt einfach durch Ja Und da hast du halt so ein bisschen So Diablo-meißig, ne Das ist nicht mehr wirklich so skill Weil diese Level werden echt sehr hart Ich war dann also relativ schnell im Level Das bestand aus fünf verschiedenen Runden Und dann kommen sozusagen Gleichzeitig Einfache Gegner mit Sperren Oder Armbrüsten Die dich beschießen oder bestechen Plus Zwei Magier einer verschiedenen Schule Also Feuer und Eis Oder Gift und Blitz Oder was das ist Plus So eine Megaschweren Ritter Die du auf jeden Fall erst zum Schluss Umlegen kannst Weil die so unfassbar stabil sind Die aber die ganze Zeit So einen Angriff machen Der über das ganze Schlachtfeld geht Dem du ausweichen musst Und Dann hast du zwar einen Heiltrank Aber du hast halt fünf Wellen Dieser Gegner-Kombination Und das ist dann einfach so Also es gibt bestimmte Leute Die das können Die Spaß daran haben Aber nicht mehr Das habe ich so einfach gestellt Dann ging es und so Und ich kann mir vorstellen Dass das für mich so ein S-Bahn-Spiel wird Ja Aber ist das denn Hat das so Also ich dachte Also ich habe mir das sofort Also ich habe mir Folgendes vorgestellt Als ich diese halbe Stunde Spielt habe In der Geschichte geht es darum Dass Silas lernt Dass man mit anderen kooperieren kann Vorzugsweise mit vier anderen Leuten In einem Team Die auf drei verschiedenen Fahnen entlang laufen Während sie versuchen Creeps zu last hitten Und man wählt dann auf einer Karte Bestimmt irgendwelche Level aus Wo man dann so Ressourcen sammelt Und dann baut man damit seine Basis aus Es gibt eine Main-Quest Und es gibt Neben-Quest Aha Und also ja Ich bin jetzt zumindest an der Stelle Wo ich kenne leider den Charakter Nicht in League of Legends Also ich weiß nicht Ob der da sozusagen Weil dahin muss er sich entwickeln Vielleicht ist er da immer noch Ein fieser, überlaunlicher Einzelgänger Ich komme einfach Ich komme einfach nicht Also vielleicht Also vielleicht braucht man da wirklich Also quasi diese League of Legends-Kenntnisse Aus deinem Haushalt Wo man dann so sagt Ah ja, Silas, klar Den finden ja alle gut Ja, definitiv Weil ich finde den nicht gut Nee, also Ich finde den nicht gut Tatsächlich ist die Tatsächlich ist Wenn du nichts über den weißt Ist er ein mega platter Charakter Ja Und es ist tatsächlich Aber in dem Fall so Wenn du ankommst Triffst du ja so Rebellen Und dann sagt der so Nein, das mache ich ganz alleine Ja Und das ist dann halt sehr schnell Dass er Das ist die Stelle an der ich jetzt Dass er sagt so Hm, vielleicht ist das doch Gar nicht so schlecht Oh mein Gott Und dann sagt er so Also gut, wir können zusammenarbeiten Aber du kümmerst dich um die Kooperation Ich schlage Leute tot Oh mein Gott Und es ist so Ich mag ihn nicht Nö Bitte, also Ja, vielleicht kann uns das jemand erklären Warum Warum Silas gut ist Und warum das nicht ein Spiel ist Über Doktor Mundo Ne, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob er gut ist Ja Aber ein interessanter Charakter Okay Aber genau Ach so, gut meinst du im Sinne bei League of Legends Ja Ach so, ja genau Warum ist League of Legends Warum ist Silas in League of Legends Ein berühmter Ein Beliebter Ein beliebter Charakter in League of Legends Schreibt es uns in die Kommentare Genau Erklärt uns bitte Warum er und nicht Doktor Mundo Genau Okay Videospieler Videospieler Ich wollte mit dir reden Du hast ja Ich wollte gerade sagen Du kriegst ja nicht genug von Videospielen Selbst wenn du nicht Videospiele spielst Spielst du ja Videospiele quasi Ich wünschte es wäre wahr Ich hatte in letzter Zeit Nicht so viel Zeit für Videospiele Aber ein bisschen Zeit für Podcast Und zwar Wir hatten In der letzten Folge Hatten wir Sehr lange und ausführlich Über Storyteller gesprochen Ein super interessantes Spiel Puzzlespiel Über das wir jetzt gar nicht viel sagen Weil ihr könnt einfach die letzte Folge hören Wenn ihr wissen wollt Und ich war nach unserem Gespräch So interessiert nochmal daran Also quasi über dieses Spiel zu lernen Und nachzudenken Es gab einen ganz ganz fantastischen Podcast Unseren Unseren Genau Unseren Podcast Den könnt ihr nochmal hören Den möchte ich empfehlen Es gab einen tollen Podcast Wo es ein langes Interview gab Mit dem Entwickler Also wirklich 90 Minuten lang Richtiger Deep Dive mit dem Und zwar heißt der Podcast Eggplant The Secret Lives of Devs Der ist ganz toll Das sind so verschiedene Leute Die sprechen mit anderen SpielerentwicklerInnen Über Ihre Kunst und Arbeit Und da ging es wirklich Ganz lange darum Warum hat es so lange gedauert Dieses Spiel zu machen Und dann hat er gesagt Naja Ich hab also nicht Ich hab nicht die ganze Zeit Daran gearbeitet Also das war schon Auch mit Unterbrechung Aber es war auch schon Hart und furchtbar Da ging es darum Von wegen Wer so dahinter steckt Er war dann so Das bin nicht nur ich Sondern also da gab es Da gibt es vor allem Noch meinen Künstlerfreund Der irgendwie die ganzen Illustrationen gemacht hat Der ist mindestens Genauso wichtig Wenn Wie ich Aber der ist super schüchtern Und möchte gar nicht In die Öffentlichkeit Also das fand ich auch nochmal Interessant Weil du meintest so von wegen Hier Warum Warum wird dann nicht mal gesagt Warum werden die Entwickler Gar nicht so in den Vordergrund Gerückt Dann fand ich auch nochmal Die Perspektive interessant Vielleicht weil einige von denen Das gar nicht möchten Und so Und dann ging es nochmal Um unseren Punkt Wir hatten dann gesagt Wo ist der Endlosmodus Und so Und dann waren die so Wenn uns das noch jemand mal fragt So Wir glauben gar nicht Wie lange wir über diesen Scheiß Endlosmodus Nachgedacht haben Und dann waren wir so Es funktioniert einfach nicht Wir haben da so viel Versucht zu machen Und zu erklären Das ist so schwierig Das zu machen Weil Weil So wie man sich das vorstellt Das zu machen Ist es dann Aber Wenn man das Spiel entwickelt Ist es ganz anders Und dann ist es auch frustrierend Wenn du dir eine Geschichte vorstellst Oder so Beim Zusammenpuzzeln Das Spiel das aber gar nicht versteht Und Wie macht man das Das ist aber jede Permutation von Geschichte Versteht und so Und Ja Und ich fand es auch noch interessant Also da geht es auch noch mal darum Dass er Findet Dass das Ende nicht gut ist Also dass er sagt So Ich glaube Wir haben das Ende Nicht gut gemacht Oh wow Also wo er dann sagt Das ist tatsächlich etwas Also die Spiellänge Kann man drüber Darüber scheiden Er hat irgendwie auch gesagt So Wir haben das Spiel Nicht gemacht Für so Leute aufs Team Wo es verkauft wird Aber okay Man meint sie so Ja die sehen halt sofort Das Spielsystem dahinter Spielen es ganz schnell durch Sind dann genervt Und dann habe ich mich Total erwischt gefühlt Und war dann aber so Ja aber das Ende Das ist halt Das kommt irgendwie plötzlich Es ist nicht Es ist nicht befriedigend Wir haben das Ende Wirklich nur ein bisschen Also das fand ich Super Ja das fand ich Wirklich super interessant Also nochmal so zu sehen So diesen Perspektiven Switch Zur Macherperspektive Wo man dann mit seinen Kritiken kommt Und seinen Vorstellungen dazu Und der Macher Einfach nur verzweifelt Den Kopf in die Hände Und er sagt Ich weiß Ich weiß Er kauft das Spiel Leute Es ist wirklich cool Ja Es ist wirklich cool Und sein Geld Apropos kauft Aha Sober Ja Was Katsching Katsching Kassensturz Ja Also Liebe Liebe HörerInnen Und AbonnentInnen Wir haben also Geld bekommen von euch Und es war Tatsächlich Sehr viel mehr Als im Februar Weil Die These Dass wenn ihr Ein Jahresabo Abschließt Dass dann nur beim ersten Mal So viele Abzüge sind Scheint sich bewahrheitet zu haben Weil Wir haben Im Februar 39,50 Euro Bekommen Im März 57,27 Euro Und wir haben nicht Doppelt so viele AbonnentInnen Bekommen Sondern irgendwie Nur ein paar mehr Das heißt Also Jahresabo Lohnt sich Lohnt sich mehr Hinweis Überweisung würde sich Wahrscheinlich noch mehr lohnen Aber dazu kommen So anyways So und ihr hattet Ihr hattet mal gefragt Beziehungsweise Ihr hattet nicht Ihr hattet nicht eingefrohr Ihr hattet nur gesagt Wir finden das interessant Was mit dem Geld los ist Also wir haben jetzt sozusagen Auf dem Pluskonto Der Pluskonto ist Das Pluskonto ist jetzt Ist 23 Euro Quatsch 23 Euro Das Pluskonto besteht aus einer einzelnen PayPal-Schenkung In Höhe von 25 Euro Ich muss Umsatzsteuer abbrechen Also 23,36 Euro Und zwei Steady-Monaten Und wir haben ja gesagt Wir wollen als erstes Die Die Künstler bezahlen Die uns geholfen haben Nämlich Maxler Der das Logo Und so weiter So das sind also Sollen jeweils 250 Euro sein Dann habe ich ausgerechnet Was uns Indie-Fresse Tatsächlich kostet Weil was ja literally All die Jahre schon Geld kostet Ist das Hosting Und die Domain selber Jahresabos wirklich durchsteht Und nicht wieder zurücknehmt Dann dauert das jetzt noch Vier Monate Dann überweisen wir Maxler Und Sebastian 150 Euro jeweils Oder beziehungsweise 178,50 Euro Weil auch die Umsatzsteuer berechtigt sind Wahrscheinlich Und dann Gehen wir uns Eis kaufen Geil So sieht es aus Genau Es ist sehr schön Wir freuen uns immer noch Über Über jedes Über jedes Jedes neue Abo Und jedes alte Abo Das jeden Monat Ein kleines Dankeschön Es ist wirklich cool Es ist total Motivierend Total schön Es ist einfach Einfach eine gute Zeit Ja Das ist einfach Vielen, vielen Dank Dankeschön Super Ja Sind wir am Ende Der Folge angekommen Oder hast du noch Hast du noch Irgendwelche Überraschenden Dinge Die du aus dem Hut Zaubern kannst Das ist total lustig Die ganze Zeit dachte ich so Ich könnte doch noch Über dieses eine Ding erzählen Jetzt ist es mir entfallen Okay Brainfart Well Anscheinend bin ich fertig Gut Dann sind wir fertig Vielen Dank fürs Zuhören Wir hören uns in zwei Wochen wieder Sagt uns Warum Silas beliebt ist Yes Gebt uns Feedback Wenn ihr zu den 20% gehört Die Clash Artifacts of Chaos Tatsächlich spielen Und das geil finden Also You're welcome Dann viel Spaß dabei Ciao Tschüss 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 Tschüss